Willkommen zurück zu The Unexpected Quest, Kapitel 6. Recht abgelusset in Kapitel 5. Planung umherwandern erreichten und machte uns schnell auf die Suche nach dem Portal und seinen Wächtern. Vielleicht erhilft uns bei der Suche nach einem Weg in die Feuerung und Tiefel. Dort lassen sich Waffen für den Kampf gegen die Nekromanten mit. Das Ritual zum Öffnen des Portals benötigt alle Macht dieser Gegend. Aktiviert die Altäre der Elemente mit ihrer Hilfe, während ihr das Portal öffnet. Ihr könnt euren Weg fortsetzen. Wir legen sofort los. Hauptaufgabe. Öffne das Portal. Aktiviere die Altäre. Mit dem Portal zu öffnen musst du alle Altäre der Elemente aktivieren. Erde, Wasser und Fein. Wenn du alle Altäre der Elemente aktiviert hast, dann sprich mit dem Wächter, dem Ritual der Öffnen des Portals. Wenn du alle Altäre der Elemente aktivieren. Okay, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn du schmiedern hinstellst Ja. 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 Wo haben wir die Schmilde? Die Schmilde wird vom Nacken geschehen. Was ist ernein? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein Lageraufschlag ZDF, 2021 Und ein Lageraufschlag S layer auf Ich bin der Nächste. Redner Schulterstück, ein einfaches und verlässliches Rüstungsteil, das Schwerkämpferschützen AGM passt. Erhöht dich auf der Schütze und automatisch auf 3, erhöht dich auf 3. Oh, hey, oh, hey! Oh, hey, oh, hey! Oh, hey, oh, hey! I was right! Ich bin ein Bein! Lötigst du eine Stahl? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, hey, oh, hey! Zerleben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020